Das war's für heute. Also mit dem schnellen Führungstreffer heißt aber noch gar nichts, so das Spiel dauert 10 Minuten und 20 Minuten. Wir haben ja eben gesehen im Spiel davor, wie schnell das geht, wenn man aus einem 0-3 einen 13-3 macht. 2 Minuten! Aufwärts! Lass mich zurück, 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 ruhig, ruhig, ruhig! Sehr gut, Ball, zu gut! Befahrung! Für ungeschossene Schlitzgefahrer gibt es keine extra Punkte. Deshalb den Ball immer schön hier im Spielfeld. Ein Rollen, davon war die Rede und deshalb wird der Ball jetzt im Weibesitz wechseln jetzt. Vor, vor Juli, vor! Ja, Junge! Hallo! Das ist die Strasse! Ja, das ist die Strasse! Ja, ja, ja! Alle, 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 alle! Alle, alle, alle! Alle, alle, alle! Hey, Zeit, Zeit! Geht vorbei! Ja, Junge, sehr gut! Hey! 2 zu 0! Danke, Juni, wenn wir auch nicht rausfinden! Darfst du? Links! David! Heu! Das ist heu! Wie war's? Das ist jetzt nicht! Morgen! Morgen! Ein Spiel! Hier! Da haben wir nur Eißpielen heute! Hey! Haben nur Eißpielen heute? Ja, Mann! Vor, wenn die Spieler gut bei 2-Mann-D battlen. 2-Mann-Drum. 2-Mann-Drum, toll! 2-Mann-Drum. Der andere Ball geht da ein Jünger in die Ecke. Einfach vorher abgefüßen! Ja, sehr gut! Es gibt sieben Meter. Macht nicht schön Hits auf der Trainer. Das sind auch noch die Amo. Da soll der arme Kette noch machen. Amo! Und 2 zu 1 zu noch! Anschlusstreffer! Ja, nichts. Alles gut! Schön im Liegen gespielt. Ein Stoß für die Eisknacker. Die nur noch mit 2 zu 1 hinten liegen. Alles gut gegangen da auf der Tribüne. Das war excellent! Voll 1! Voll 1! Ein Roll! Alles gut! Dann zwischen den Ohren hat Oli's abgekriegt. Dann ist Bämmer. Ja, so zu ihm! Ey! Stoß! Ja! Schön gespielt, aber auch gut verteidigt. 3 zu 1! 1 zu 1. Schnell! 2 zu 1. Schnells für die Kronhauser Löwen. In Weiß. 2 zu 1. Schnells für die Kronhauser Löwen. Hau! Komm her, Junge! Hau! Juli! Jetzt! Ihr müsst ein bisschen zurück. Eure Schiene haben alles. Und eure Kupfer. Juri, komm mal hin, Junge, komm! Jordi sieht er an der Bande. Flughafen! Flughafen! Ja, Juri! Ja, Achtung! Ecke, Ecke! E, Schiri! Huuu! Hau, Lodi! 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 Hau, Lodi, Hau! Sch Ууу! Hau, Lodi! Hau, Lodi! Hau, Lodi! Hau, Lodi! Ja, geht auch viel, wissen wir! Aber trotzdem ist es immer schön mit ruhig zu sein. Hau, Lodi! Cessi! Ja! Eine prima Bude, kann man nicht anders sagen. Zwei zu zwei! Ja, wir schrauben das gleich wieder. Leider, leider, leider! Auf! Es ist 0 zu 2, 2 zu 3 jetzt. Ja! Gut, das ist 3 zu 2 für die Vorderung. Danke! Ende! Feinball, Feinball! 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 Put doch rein da! Oh, noch mal! Oh, noch mal! Ja, ja, ja! Steig! Andere weg, Spiele! Gut, David! Ja! Und aus der Heizung! Komm, boys! Auf geht's! Ja, weil es auf geht! Steig! Oh! 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 ninetele gleich ist gut! Ach, seele jetzt hin... Zwei Minuten! Halt! Eins! Zwei Minuten! Zwei Minuten! Tief! Zwei Minuten! Das zieht der Trainer nicht gerne. Es wird zu viel hinterher. Also ein Weckling. Vorsichtig da an der Bande. Heiß los. Fasst bitte ein bisschen auf an der Bande Männer. Das ist zusammengeschraubt. Aber eben nicht so fest wie die hier am Rand. Halt ihn einfach! Halt ihn einfach! Abschluss! Abschluss! Du machst drüber! Wir haben noch mal gedreht das Spiel. 5 zu drüber. Ja! Komm! Weg! Großabstoß! Schiri Ende! Schiri Ende! Schiri Ende! Warte ab! Warte ab! Halt! Halt! Halt, das darf er! Ist kein Handspiel! Der letzte Band darf nicht mit der Hand spielen. Und dann 5 zu Fuß! Ja, Mann! Scheiße! Ei, 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 ei. Enges Spiel, enge Kiste. Ja, ei, ei, ei! Wieder ein 7 Meter schießen. Eine gute. Verteidig! Wann? Versteid mir die beiden! Weißenball! Jo, woher ist er? Die Kronhauser Löwen ziehen jetzt nach. Da ist eine ganz neue Variante, was den Torhüter angeht. Keine Sorge, der will sich da nicht hingehen und eine Runde schlafen, sondern den Versuch möglichst viel vom Tor abzudecken. Ja! 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 Den ersten 7 Meter verfallen. 3-0 geführt und dann im 7-Meter-Schießen ausgeschrieben. Schieber! 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 Schieber!